Stell dir vor, du tauchst in die Welt des Gamings ein, wo jeder Moment so lebendig ist, dass es schnell greifbar erscheint. Genau das verspricht der Rockswift, ein Monitor, der so viel mehr bietet als nur beeindruckende Spezifikationen. Mit einem riesigen 49 Zoll OLED-Display, das mit modernster Technologie ausgestattet ist, hebt dieser Monitor das Gaming-Erlebnis auf ein neues Niveau. Aber ist dieser Gigant wirklich der beste Freund eines Gamers? Lass uns in die Details eintauchen und sehen, ob der Asus hält, was er verspricht. Der Rockswift beeindruckte schon auf den ersten Blick durch seine massive Präsenz. Mit einer Breite von fast 1,2 Metern und einem Gewicht von 11,7 Kilo, wenn er komplett aufgebaut ist, wird schnell klar, dass dieser Monitor einiges an Platz beansprucht. Der mit 1800R gebogene Bildschirm schmiegt sich perfekt und das Sichtfeld und sorgt so für ein immersives Spielerlebnis, das es bei so flachen Bildschirmen nicht gibt. Der Monitor ist in einem eleganten Schwarz gehalten und der Standfuß bietet neben Stabilität auch ergonomische Flexibilität mit Verstellmöglichkeiten in Höhe, Neigung und Drehung. Die Rückseite des Monitors ist nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend gestaltet. Die LED-Beleuchtung mit dem Rock-Logo setzt farbige Akzente und kann durch die Aura-Sync-Technologie sogar mit anderen kompatiblen Geräten synchronisiert werden. Die Anschlüsse sind gut zugänglich und umfassen unter anderem HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 und einen USB-C-Anschluss mit 90 Watt Power-Delivery, was gerade für Gamer mit leistungsstarken Laptops von großem Vorteil ist. Wenn dich das Design und die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten überzeugt haben, dann schau dir die vollständigen Spezifikationen auf der Produktseite an und sichere dir den ASUS ROCK SWIFT direkt über Amazon. Das Highlight des ASUS ROCK SWIFT ist zweifellos ein gigantisches 49-Zoll-Display mit QD-OLED-Technologie. Die Auflösung von 5120 x 1440 Pixeln liefert gestochen scharfe Bilder, die insbesondere in Spielen und Filmen zur Geltung kommen. Mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz und einer Reaktionszeit von nur 0,03 ms ist dieser Monitor prädestiniert für schnelle und intensive Gaming-Sessions, bei denen keine Verzögerungen auftreten. Die Farbwiedergabe ist dank des OLED-Panels außergewöhnlich. Der Monitor deckt 100% des sRGB-Farbraums und 99% des DCI-P3-Farbraums ab. Das sorgt für satte Farben und tiefe Kontraste, die vor allem in HDR-Spielen und Filmen zur Geltung kommen. Einziges Manko könnte die überdurchschnittliche Farbsättigung sein, die jedoch mit entsprechenden Kalibrierungen reduziert werden kann. Ein weiterer Vorteil des OLED-Panels ist die Fähigkeit, perfekte Schwarztöne darzustellen. Dank der pixelgenauen Beleuchtung gibt es keine Beleuchtungsunregelmäßigkeiten, wie man sie von herkömmlichen LCD-Panels kennt. Mit einer maximalen Helligkeit von 1131 cd pro Quadratmeter im HDR-Modus und einem Kontrastverhältnis von 1,5 Millionen zu 1 schafft es der Monitor auch in hellen Umgebungen, brillante Bilder zu liefern. Für Gamer bietet der Monitor zusätzlich adaptive Sync-Technologien, sowohl FreeSync als auch G-Sync, um Tiering und Ruckler zu vermeiden. Dadurch bleibt das Bild auch in actionreichen Szenen flüssig und störungsfrei. Besonders positiv fällt auf, dass der Monitor keine nennenswerte Probleme mit Bewegungsunschärfe aufweist, was ihn ideal für schnelle Spiele macht. Bist du begeistert von der Idee, deine Spiele in nie dagewesener Klarheit und Farbbrillanz zu erleben? Dann abonniere doch unseren YouTube-Kanal für mehr Reviews und Gaming-News. Jedes Produkt hat seine Stärken und Schwächen. In diesem Abschnitt werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Vor- und Nachteile des Rockswift. Höherer Preis im Vergleich zu Konkurrenten, zu satte Farben, glatte Oberfläche erzeugt Blendeffekte und zureichende eingebaute Lautsprecher. Trotz einiger Schwächen kann dieser Monitor mit einer Vielzahl von Vorteilen auftrumpfen, die ihn zu einer exzellenten Wahl für ambitionierte Gamer machen. Hervorragende Farb- und Kontrastwiedergabe, schnelle Reaktionszeit und 144Hz, Unterstützung von Adaptive Sync, ergonomischer und verstellbarer Standfuß und hochwertige Verarbeitung und ansprechendes Design. Der Asus Rockswift OLED ist ein außergewöhnlicher Monitor, der insbesondere für Hardcore-Gamer und Grafik-Enthusiasten entwickelt wurde. Die Kombination aus einem riesigen 49-Zoll-Display, herausragender Bildqualität und modernsten Gaming-Features macht ihn zu einem der besten Monitore seiner Klasse. Natürlich hat die Qualität ihren Preis, aber wenn du bereit bist, in ein ultimatives Gaming-Erlebnis zu investieren, könnte dieser Monitor genau das Richtige für dich sein. Wenn dir diese Rezension gefallen hat, vergiss nicht einen Daumen hoch zu geben, unseren Kanal zu abonnieren und einen Kommentar zu hinterlassen. Und wenn Sie bereit sind, in die Welt des Premium-Gamings einzutauchen, schauen Sie sich den Rockswift OLED auf Amazon an. Der Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.